Hier kann man also auch hin, um hier kurz zu wissen. Da, komm! Wir haben ihn gefunden. Ha, genug gut. Da ist Sonic! Eggman war richtig. Was ist in der Hand? Es sieht aus wie ein Stück der Master-Emerald. Er hat kein Recht, das zu haben. Hey, Knuckles! Woah! Was denkst du, du würdest das machen? Okay. Put'em up. Hand over the Emerald now. Das wird nicht passieren, buddy! Oh, nein! 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 Die Chaos-Emerald! Ha, 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 ha! Eggman! Was ist er hier? Uh-oh! Ha! Das ist alles zu sein. Das ist ein Chaos-Emerald! Das ist ein Chaos-Emerald! Er, der erstes, erstes, werden sie dann. Und du mich sehr gut für deine eigenen Bedürfnisse! Das stimmt. Du mal! Forst zu sagen. Du kannst mit diesem! Knuckles, hast du ihn wieder triekt dich alsjees? Wie du wär das nicht? Smooth move, Knucklehead! Hahaha, ich habe vier Emeralds jetzt! Hier, Chaos! Komm hier, mein Humboldt! Jetzt, schau, was er ist! Kein Problem, ich werde ihm schlafen. Okay, ich hoffe, er ist als Knuckles nicht richtig blöd zu bekämpfen. Andererseits, ich habe so Tails geschafft, also... ... ... Woh... ... ... Also ich muss sagen, mit Knuckles ist es einfacher, den zu treffen. Der macht einfach seine Kombo. Aua. Hey, was war das denn? Irgendwie war ich unterm Wasser, konnte nicht springen, konnte auch die Ringe nicht wieder einsammeln. Ich sage das, dass Siege gegen die Ringe gesammelt sind. Oh, was war das? Ja, was war das? Das war's. Um. Kannst du vielleicht mal auftauchen oder sowas? Ist das alles du hast? Das war's. 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 Okay. Und jetzt? was macht knuckles in der zwischenzeit ich glaube ich weiß was das viel meint die deutsche übersetzung ist in dem fall keine hilfe warte das hier führt zu chao garden oder ja das hier ist chao garden raus hier dschungel wo war denn auch mal aber genau das war hier es war hier exakt ich kann da nicht graben Zwei stone statues, the door to the past. Wenn man nicht ständig überall gegenrennen würde. Die Kamera ist wieder eingeschränkt, super. Ich hoffe, man hört raus, wie viel Spaß diese Suchteile hier machen. Ich sah schon mit Hells schreckwächtig hier, als wir den Chaos-Armorals suchen. Wie ihr seht, hier sind überall unsichtbare Wände, wo ich gegenfliege. Dass sie sie gleitet. Zwei stone statues, the door to the past. Ja, rausgesetzt, ich finde sie. Falls die überhaupt im Dschungel sind, nicht irgendwo im Te... Vielleicht kann man noch in den Teppel rein, keine Ahnung. Müsste ich gleich mal schauen. Müsste ich gleich mal schauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielleicht gibt es hier oben irgendwas zu entdecken, aber ich denke mal nicht Nein, 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 nein Nein, 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 nein Hier ist wieder die Leiter. Hier oben? War ich hier mal? Ich glaub der Baum stand von Bekannten. Ja, hier ist das Ding. Wer auch immer hier lebt, ich hab irgendwie das Gefühl es könnte big sein. Hä, hier geht's hoch. Oh hey, ein Emblem. Ja. Und hier kann ich hin? Hey, was ist hier?